hab ich jetzt meine gemischte kiste nämlich die hier glas brauchte ich doch ne ja ein eichen setzen können wir da mal reinpacken dann ist er schon mal weg was weg ist ist weg oh keine energie mehr scheiße das ist wirklich sehr schade aber ich hab noch generatoren pass mal auf was der schlaue onkel neo wie jetzt macht zack ok treiben wir jetzt erstmal mit dem generator an ich brauche ich brauche die energie man das kann doch nicht sein der soll weiter meiseraten den rest kann man mit holzkohle dann machen mich die ganze den ganzen koks und packt den hier rein so jetzt aber wieder energy katze auf zu jaulen ich mache meine zigarette an und dann legen wir auch schon los komm mach mal hin ich brauche glas 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 jetzt muss ich nochmal gucken schnell wie man diamanten nochmal genau macht aber die sind jetzt erstmal nur neben sache kann erstmal den vulkan nehmen hier muss ich gucken auch mal ich kann auch ich kann ja auch aus gold diamanten machen fällt mir gerade ein auf so warte mal hier ist es ah ok ich brauche acht stück und ein flint und dann kriege ich ein coal ball ok alles klar also brauche ich der erste schritt ist schon mal nicht kwarfen sondern nicht nicht kompressen sondern kraften 3 glas noch das erste teil bauen und zwar den maschinen frame 1 komm mach hin 2 und nummer 3 so kommen wir schnell die maschinen frame ich glaube für die andere maschine brauche ich auch noch maschinen frame ich kann das mal weiter glas brennen macht jetzt nichts so so und so da ist so was hatte ich gesagt zuerst den magma crucible magma das haben wir ach so scheiße ich brauche doch den ich brauche doch den nether bei netherbrick kann man glaube ich nur aus netherrack machen und dafür braucht man kompressor habe ich ja scheiße netherrack kann man ja nicht produzieren scrapbox toll das bringt mir erstmal nichts meine katze will raus ich muss kurz die aufnahmen unterbrechen und wieder da wo waren wir jetzt stehen geblieben achso ja um den magma crucible zu bauen brauche ich doch den nether stimmt also brauchen wir doch die diamanten ich weiß nicht wie viel gold ich jetzt noch habe können wir ja vielleicht mal ein bisschen verschnellern bzw ja verschneller heißt ich könnte mir genau zwei diamanten bauen aber die diamanten muss ich trotzdem produzieren ich muss nachher noch zwei chunk loader machen beziehungsweise ein also mindestens ein while für den chunk loader brauchen wir diamanten der produziert hier noch warte mal was würde ich jetzt machen ach ja ich habe meinen minium stone gesucht wo haben wir ihn denn hingepackt hier ist er machen wir jetzt mal schnell zwei diamanten so einfach geht das mit dem minium stone bisschen gold und schon hat man diamanten so warte mal das kann hier bleiben das kann hier bleiben das sowieso das packe ich gleich unten rein essen nehme ich mit das kann hier bleiben kohle kann auch erstmal hier bleiben boah ist ja noch mehr kohle wie viel kohle habe ich denn passt aber sehr gut weil ich brauche später bestimmt auch noch diamanten leder kann hier bleiben die hoe balance seeds pipes die rennt sich auch mal hier äh den eimer können wir vorsichtig mitnehmen vielleicht brauchen wir gleich noch ein bisschen lava somit die maschinen für ihn lasse ich auch mal hier so wo bauen wir denn überhaupt das portal hin erst mal muss ich ein bisschen nether ach nether ein bisschen diamanten hier war ich muss ein bisschen obsidian abbauen was ja an sich kein problem sein sollte wenn man eine schöne höhle hat beziehungsweise eigentlich brauche ich nur lava die könnte ich auch von da oben da oben in dem tank ist doch lava drin ne boah wie geil ist das denn eh bloß wie kriege ich schätze da muss ich einmal hoch und runter laufen das ist ja auch blöd achso kann es sein dass ich noch friedlich bin ja sorry leute oder muss ich aber hoch und runter laufen ist doch voll dumm aber ich wollte mir da oben jetzt auch nicht irgendwas hinbauen extra ja ist egal dann muss ich dazu machen leider ich habe eh nur drei eimer verpiss dich du scheiß creeper äh habe ich kein schwert jetzt habe ich kein schwert oder was nein nicht hochgehen du wichser na gut da müssen wir halt so machen leider bleibt mir nichts anderes übrig vorne kann ich gleich mal gucken ob ich mir vielleicht einen besseren weg hochbauen kann damit ich nicht immer mich hochbauen muss erst mal so weit ich hochkomme ne dafür muss ich unbedingt die jahre nehmen tipp 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 das ist ganz schön hoch der scheiß vulkan alter bin immer noch nicht oben so alter wie hoch ist denn das so guck mal da da kann ich mir jetzt schon mal drei eimer voll mitnehmen nice jetzt muss ich wieder runter oh gott nee das wird ein bisschen nervig und vor allem muss ich das jetzt wie viel brauche ich denn zehn ne ich brauche zehn mal obsidian das heißt ich muss drei mal vier mal hoch und runter jetzt nur noch drei mal so wo ist mein haus eigentlich jetzt hin ich muss mir echt mal einen wegpunkt machen wa da ist egal ich habe das keine unendliche lava quelle gibt so wasser kann ich von da holen ���ster ab ab so geworden ist, allerdings bis ich die jetzt gefunden habe, man kennt ja meine Orientierung, habe ich das hier auch so schnell so gemacht, obwohl ich kann das auch da oben machen, da brauche ich nichts großartig bauen, das ist Quatsch, was ich hier mache, aber das Wasser muss ich mal mitnehmen, sonst muss ich nämlich nochmal hoch, äh runter und hoch, ich kann mir doch da schnell ein Loch rein machen und dann mache ich es einzeln, geht schneller, als wenn ich immer hoch und runter kletter, wahr, man muss sich die Sachen nicht immer so kompliziert machen, Neobi, kann man auch einfach machen, ach da ist mein Haus, siehste, jetzt habe ich es gefunden, oh, vorsichtig, vorsichtig, der Wassereimer darf nicht auslaufen, jetzt komme ich aber wenigstens schon mal hier hoch, ohne was abzubauen, das ist schon mal nice, so, da kommt, dann machen wir gleich drei Stück, geht ja, warum habe ich das eigentlich zugemacht hier, achso, damit der Ding sich rausfällt, stimmt, deswegen hatte ich halt gemacht, eins, zwei, drei, hä, achso, toll, nein, da habe ich jetzt was falsch gemacht, äh, ja, hier, nicht runterspülen, runterspülen, ich glaube zehn Stück haben gereicht, ne, zehn Stück war glaube ich schon das kompakte Tor, so einfach macht man sich ein, so einfach, so einfach macht man sich ein, äh, Netherportal, dann brauche ich schnell sechs Netherrack, dann kann ich gleich wieder da rausgehen aus dem Nether, der ist ja gefährlich, so, zack, zack, und zack, nochmal, dann haben wir schon neun und dann brauchen wir noch einmal obsidieren, hab ich, jetzt hat es geklopft, Moment, und wieder da, so, weiter geht's, ich bin auch ein bisschen blöd, ne, ich hätte Obsidian auch mit meinem Minimum Stone machen können, fällt mir gerade ein, ach man, ich denke manchmal nicht so richtig nach, scheiße, stimmt, das wäre viel schneller gegangen, Holz hatte ich ja noch, ich brauche nämlich dafür nur Holz, ich kann gleich mal ausprobieren, das funktioniert später mal, falls ich nochmal obsidian brauche, so, komm, da probieren wir das nämlich unten gleich nochmal aus, aber das müsste eigentlich gehen, scheiße, hab ich mir jetzt so viel Arbeit gemacht, für nichts, aber so jetzt, wir haben jetzt das Obsidian, jetzt ist es auch schon zu spät, so, nicht runterfallen, aua, 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 jetzt hört mal auf dir weh zu tun, stell dich nicht so an, Mann, das sind ja nur 4, 5 Meter, die du da runterfällst, jetzt muss ich nur gucken, wo ich das Portal hinsetze, ich setze einfach hier hin, hier so mitten im Wald, welche Höhe bin ich in, 68, ist schon ziemlich hoch, ne, aber ist egal jetzt, 2, 3, 1, 2, 3, tja, das war jetzt sehr schlau, so, fertig, jetzt brauche ich noch Flit in Steel und dann kann ich mal schnell in den Nether gehen, und ruhig das auch mal gleich mit dem Minimstone hier aus, pass mal auf, das geht voll einfach, ey, warum ich so blöd bin, hier, bisschen Rohholz,